Dieses zu erwerbende gut gepflegte 14-Zimmer-Bauernhaus liegt im Kreis Euskirchen. Das im Jahr sind 750 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller und acht Außenparkplätze. Es hat neun Schlafzimmer und fünf Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 5120 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 550 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 699.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten mal. Bis zum nächsten Mal.